Ja, guck mal einer an, da haben wir da oben, Ruppzone. Sehr schön. Wo wollt ihr da hin? Ja, die Lagerhalle. Ach, jetzt suchen? Sackt mir die nicht. Das liegt gerade noch auf der Zugfahrt. Direkt dahin. Da sind drei oder zwei weiße Kisten drin. Genau, und dann links hoch. Und dann. Eigentlich ist es eine sehr schöne Zone, auch sehr schöne Ecke. Wir müssen jetzt erstmal gucken, ob da welche landen. Okay, 96, 89 noch drin. Ich hab trotzdem einen 70er-Pick, ne? Ja, ich auch gerade. Ist da wohl. Ja, kein weiße Kisten, aber egal. Das ist gleich so gelang, Luch. Hier. Ich mach mal hier. Oh nein, die Waffe liegt. Ne, das war ich. Ne, ne, ich hab ne Waffe gefunden, aber die ist verbuggt. Das ist crack. Ah, der Wichse. Wo ist der denn? Ich hab keine Waffe. Achso, hier, bei mir liegt eine. Hier. Unterwegs. Da hinten in der Ecke. Links rein. Jo. Da hinten in der Ecke. Achso. 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 Hau. Ackso. Guck. Achso. Oben, der ist K.O. Ja, okay. Der ist weg. Zwei Leute erledigt. Sehr schön. Räst schön. Team whaim. Team ist vielleicht erledigt. Wenn ich den hier unten erledigt, dann ist das Team erledigt. Sind da oben, hab ich weggesniped. Der eine hatte nur ne Pistel und der andere hatte ne MP. Der eine den ich da geholt hab, der hatte sogar Selbstwert gehabt. Das hab ich jetzt. Jetzt ist das Ding hier offen. Komisch. Heli. Da springen welche raus aus dem Heli. Markier den Heli. Ach geil. Anscheinbrick. Anscheinbrick. Hit. Ja, okay. Das Gebiet ist heiß. Kommen wir hier rein. Alles klar. Bewegung in diesem Gebiet. Oh, ist er. War's nun dahin? Ignoriert das letzte. Wollen wir die pushen? Die sind nur zu zweit. So, komm holen wir die. Okay. Das ist der. Ignoriert das letzte. Wollen wir die pushen? Die sind nur zu zweit. Wollen wir ihn holen? So, komm holen wir die. Das ist der Ende. Am Lotort ist direkt einer. Abweilen. Abweilen? Na nicht, das. Der Helikopter. Oh, ja. Eine Kau! Hier, kommt der! Da ist er! Prezi ist draußen! Ich habe einen auf! Hier muss immer noch einer sein! Der ist noch! Da lebt noch jemand! Ja, der muss hier bei mir unten sein! Da ist er! Okay, erledigt! Ja, jetzt können wir Ausrüstung machen! Guck mal hier! Eine schöne RPK! Oh, viel Kills! Nicht schlecht! Ein mit Leben! Okay, ich guck mal! Nein, oder? Nein, oder? Ist doch frei! Wir waren nicht die einzigen mit der Idee hochzugehen! Ne, die sind sogar mal Helikopter gelandet, ne? Vogel markiert! Naja! Ja, aber auch wegen der Ausrüstungsgefung, denk ich mal, hauptsächlich! Okay, nein! Wo ist denn der Typ? Alter, ich habe keine Killbestätigung bekommen! Ich habe vier Kills! Da unten ist er gelandet! Ich habe eine Reichszone gefunden! Da! Einer muss noch sein, ne? Waren zwei, ne? Ne, war der letzte! Ist ein Teamwork gewesen! Okay! Ah, ich habe sogar eine Kill bekommen! Oh, sehr schön! Oh, sehr schön! Ja, ich! Hier! Oh, ich bin One-Shot! Oh! Hier! Die sind zurückgekommen! Ah, okay! Wiederbelebt die gerade! Okay, ich... Wo ist er beim Heli, oder? Wir haben Lodi, also links davon! Ich sehe ihn nicht! Ich markiere ihn mal für mich! Ich markiere ihn mal für mich! Ist der Schip weg? Ah, fuck! Ein Truppen flieht aus dem Gulag! Wenn es überlegt ist, steigt es wieder ein! Er ist links raus! Pass auf, links von dir muss einer kommen! Links von dir! Wo ist er? Markieren, markieren, markieren! Ist hier links! Hab ihn! Team ist weit! Aber hier muss noch einer sein! Ne, ne! Team ist ausgelöscht! Da kommt doch einer! Da! Oh! Das ist gelöscht! Komm, rum und zieh! Schieb weg! Wer unsere Dileksung beschubst! Okay, einer ist weg! Weiter ist weg! Muss aber noch einer sein! Ja, der müsste hier unter uns sein! Na, wir schnaufen ja so! Hier schnauft einer ganz! Den hab ich ja hier geholt! Den hier unten? Okay! Den hier unten hab ich geholt! Okay! Na gut, kann natürlich sein, dass der eine noch Gulag hatte, ne? Zur Basis zurück! Aber hier, guck mal hier ist, guck mal hier! Jetzt hol ich mir mal hier meine Waffe! Hier ist an der Vorratskiste! Die ganze Zeit schon da! Oh! Jetzt hab ich's erst gerafft hier! Ähm, wo ist denn der nächste Shop? Warte! Warte! Nö! Guck mal hier! Modifizierte Waffe hier! Äh, ich hab alles! Wollen wir hinfliegen zum Shop schnell? Okay! Können wir probieren! Äh, blöndert mal in meinen Rucksack! Ihr habt beide keine Maske, glaub ich! Wo ist dein Rucksack? Hier liegen so viele! Ähm! Ah, hier! Ah, hier! Luftschlag, Luftschlag, Luftschlag! Kann man hier wieder belegen? Äh, ja! Scheiß auf den Heli! Ganz vergessen! Okay, springen wir ab hier oben! Das Gas kommt leer! Neue Sicherheitszone wird markiert! Ich muss eh von der Seite ran, also! Hier ist ein feindliches Fahrzeug! Ich hab leider keinen dick mehr! Wo? Ah, ich kann keinen Luftschlag machen! Wieso kann ich keinen Luftschlag machen? BOMB! 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 Fahre Luft nach das Spitzung an! Ziel macht... Und rein das Ding da! Sehr schön! HAHAHAHA Schöner Sing! Wo bist du noch? Ach so, hier oben? Hier wo hinten schon! Abgesprungen, oder? Das war eine 5er Abschlussserie. Komm her, wir sind links von dir. Da unten sind sie, guck mal da. Wo? Bei mir hier. Wir haben einen Luftschlag gemacht. Die laufen wahrscheinlich direkt rein. Die sehen mich nicht. Direkt reingelaufen. Erledigt, sehr schön. Wo waren die? Die sind von der Tankstelle gekommen. Hier ist ein Self. Ja, wegen dem Loot. Ja, hier ist auch eine Weste. Anzugskiste, schmeiß ich auch mal gleich hin. Ja. Hier ist Panzerung. Hier ist noch so eine Selbstwiederbelebungszone. Ach, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ich werde mal kurz Wasser ab, hier. Ach du, Zone, Zone. Ja, ja. Alles gut. Selbstwiederbelebung hier. Selbstwiederbelebung. Ich hab Selbstwiederbelebung. Die sind nicht bis hoch am Bett. Die Vorratskisten sind ausgefüllt worden. Ausrufen. Okay, Jungs. Wir sind bei 13 Kills. Na, sehr schön. Da läuft einer. Über die Straße. Hinter der Mauer sind auch welche. Lass links move'n. Die müssen eh mitkommen. Aufs Dach. Ich bin ja schon mal gerett. Ich bin nicht mehr gerett. Ich bin nicht mehr gerett. Wie ist die da hinten rein? Da ist auch einer. Da ist einer. Da ist eine 1 und 3. Da ist auch einer. Bei der Sinn. Links und die ist. Er ist fast Crack. Er ist Crack. Was? Ah, ich bin ihm zu frontal gekommen. Ah, die Wichser, wie sie da sitzen. Was ist noch da? Pass auf, pass auf. Ja, einen habe ich. Das war Team Wall. Ich bin oben auf dem Dach. Lass uns hier außen gehen. Ja, ja. Schaut das nicht mehr, ne? Ja, ne. Ah, komm mal hier. Da laufen sie noch. Sicherheitsdruck nicht erliebt. Wo ist denn jemand rechts noch mehr? Ja, ja. Schuss. Hier rein. Reines Haus. Gucken wir aufs Dach. Ja, ich habe hier auch einen rechts bei mir. Ich warte. Schuss. Er hat sich hier hinter dem Ohr versteckt. Ne, wenn er auskommt, ist er dran, ne? Ja. Also, er kommt doch. Er kommt. Shipbreak. Abi. Sehr schön. Da ist die Reise. Da sind wir da. Da ist die Reise. Da sind wir da. Hinter euch. Da ist die Reise. Das war's für euch. Werfe einen Betäubungsstall an! Nein, komm! Du hast mich hier. Das ist ein Schau. Ja, der Rest ist wild. Das ist gar nichts. Könnte Munition mittleren Kalibers brauchen. Ja, wenn. Aber man zieht der Kill. Jetzt kommt die magische Heilige Ziele. Ja, der wird. Tschööööön. So knapp. Na, w Ach. Schade. Zu spät gesehen. Zu spät gesehen. Da unten liegt er. Vielleicht hat ihn grad jemand gedowned. Ich entdeck. Oh, du hast gleich noch weg. Naja, kannst du jetzt machen. Ne, ne, aber unter Druck ist vorher das kann ich. Ah, ok, schade. Schade. Ach, wieder Platz war gut.